Ich stand hinter dir. Jetzt muss er mir vertrauen, weil ich ihn nicht abgeschossen habe, also nicht getötet habe, mit meiner Shotgun. Was ich einfach so machen hätte können, weil wir alleine waren. Hier ist ein Infendiary. Ey! Ah, scheiße! Hier brennt alles. Lauft halt genau durch, Alter. Schmeißt man das denn auch da hin? Lol, Alter, da unten schießt irgendwer. Der Dirk schießt. Ja, hab ich gerade gemacht. Du bist echt sehr, sehr gut. Der war echt ein Traitor, ja. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Du musst das unauffällig versuchen. Hier ist noch ein Toter. War das nicht unauffällig? Das war total auffällig, weil wir alle da rumstehen. Ja, ich hab nur einen gesehen. Kann man noch messern? Ey, du musst dir ein Messer kaufen, aber das ist echt ein Scheiß, das würd ich nicht machen. Das töte nämlich nicht One-Hit, das töte nur, wenn ihr Leute angebildet sind. Oh, das ist ja kacke. Ja, das kommt ihr later. Ich hab ne Golden Eagle gekauft. Mach die One-Hit oder sieht die Gold aus? Die sieht, glaub ich, nur geil aus. Ne, ich glaub, die macht One-Hit. Ich hab auch nur zwei Schüsse und ich glaub, wenn man damit einen Verbündeten abschießt, dann stirbt man selten. Verfestig, verfestig, wer bist du? Was? Verbündeten abschießt? Achso, stimmt, das war ja die geile Waffe, ja. Ja. Dann kannst du ja so einen Kastenrambo abschießen. Nein, ich hab den Traitor gekillt, also mit. Also der Traitor war ja auch derbe kompetent. Ja, du bist tot, wieso redest du noch? Ja eben. Ist echt so. Weil der Dirk auch redet. Beide Fresse halten. Julius, was machst du da? Ich glaub, der Tor war ganz verdächtig. Der will das abbauen, der. Der spielt nicht ganz richtig verstanden, glaub ich. Das ist ein Kreuz. Mach ich immer... Mach ich immer ein... Battlefield. Matthias, guck mich an. Matthias, Matthias. Mach mal mit dem Brenner. Was ist denn behindert aus? Ich hab so... nur so leicht. Ich weiß nicht, ich hab's... Woll, 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 woll. Wieso denn? Du hast da so... Naja, bleib mal stehen. Ich muss nur nach hinten schauen. Das ist... Keine Ahnung. Sieht irgendwie so aus, als ob das so scheinbar war als Kopf. Ich glaub, irgendeiner von hier unten ist oder... Das passiert jetzt eigentlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit nichts machen. Dann verlieren die Traitor. Genau, dann läuft die Zeit ab. Und irgendwann müssen die Traitor handeln, sonst verlieren sie. Kennard? Julius. Ich hab voll das schöne Gemälde gemalt. Schau dir das mal an. Ich schau's mir an. Glaub da, Julius. PENK! 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 Der Orakel ist hier ganz, ganz schön. Guck mal, ist voll ghoul, ne? Riecht gut geworden. Halt mal die Mitte ein bisschen aushöhlen. Warte, da fehlt noch. Da fehlt noch was. Moment, Moment, Moment. Perfekt. Sandkommst. Ein Rombo schießt in den Duft. Ja. Ich hab grad eben den Dirk mitgekillt. Ich bin ziemlich froh. Also wir sind's auf keinen Fall, weil wir haben Penis an die Wand gemalt. Wieso kommen wir eigentlich nur da hinten hoch, das ist voll scheiße. Sandkasten. Nee. Da schießt du? Nee, 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 nee. Der ist irgendwann umgestorben. Petrus. Explosion. Petrus. Was? Was gibt's denn nicht? Julius, was hast du für ne Waffe gehabt? Ach klar. Ach klar. Ich hab ihn gekauft und Dirk, du bist echt scheiße. Wieso? Oh mein Gott. Weil du mein Mit-Traitor-Kamerade warst und einfach direkt gestorben bist. Ja, sorry. Ich dachte ich wär safe, aber irgendwie waren die da alle. Äh, nee. Jonas. Wie geil. Gib gleich mal. Ja, was? Ich hab den Team. Ja, das geht mit dem Magneto-Stick ganz gut. Den kannst du auch wegschmeißen. Warte, wo ist denn der Magneto-Stick? Baut eigentlich niemand von euch Pietzmeet, der ganze März. Ich bin Pietzmeet irgendwie voll langweilig, weil die Pietzmeet 6 sind. Pietzmeet ist das Geilste, was es gibt. Du müsst euch das von. Ja, Pietzmeet ist zwar geil, aber nicht TTT. Ich weiß, das hab ich mir eben gekauft. Ich hab ne Pfanne aufm'kauft. Hier TTT muss man bei F3 gehen. Bei F3 geht das. Warte, fuck, warte. Und ich bin noch wieder fertig. Ab, 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 Ab. Komm! Los! Erschieß! Ich... Ja, ja, komm jetzt, komm jetzt! Was? Ich war mit aufs Haus drauf. Komm, ich hab noch 6 Ampli. Ich hab noch 6 Ampli. Ich hab noch 6 Ampli. Der sieht geil aus der Sinti. Ich hab voll den geilen Hut, schau dir den an. Ich hab das so spät gesehen, es tut mir so leid. Ich hab hier mit drauf. Gleich geht's Party. Munition. Oh, diese scheiß Discogel. Was war das denn? Das war ne Discogel, Alter. Ja. Die tötet nicht, aber die fetzt das. Was bringt der DNA Scanner? Was bringt ne Smogel? Du kannst herausfinden, wer der, wer der, wer getötet hat. Dirk, warum hast du ne Pfanne aufm'kopf? Weil ich mir die gekauft hab. Okay. Ich hab auch eine. Ich hab auch eine. Ey, Pfannkollegen. So, wer ist denn jetzt hier mit dem Traitor? Haut mal die Köpfe aneinander. Also ich hab den Traitor. Ich hab einen Traitor gekauft. Einer von den Leuten hier muss Traitor sein, weil es gibt keinen anderen mehr. Ich hab einen der Traitor gekauft. Da hat einer geschossen. Hier, wer hat da geschossen? Marvel hat geschossen. Hier aufs TNT geschossen. Den töten wir. Ich will die Loftspur haben. Also einer von denen hier muss ja Traitor sein. Ja klar. Ich will diese Spur haben. Oder die Spur, die ist auch geil. Hallo. Ja, Julius. Das ist so ne Spur, die kannst du über F3 kaufen. Was ist das denn? Das ist voll unpraktisch, wenn du dich verstecken willst. Wollen wir jetzt mal hier jemanden killen, oder nicht? Komm, wir killen einfach hier random. Ja, der Traitor muss ja machen. Also der, wer will mich töten? Stimmt, der Traitor muss ja töten. Ich darf einfach schießen. Ich glaub ich darf niemanden mehr töten, weil ich noch voll wenig, wobei... Was? Sandkastenrabbel, du darfst niemanden mehr töten. Aber wenn ich auf Julius gehe, dann hab ich auch so einen blauen Kreisdruck rum. Du hast nur noch 673 Karma, wenn du rausfliegst, wenn... Oh, stimmt. Stimmt. Und auf 480 fliegst du raus. Aber ich hab grad eben schon einen Traitor gekillt. Ich... Achso, ja. Ich bringe mich jetzt einfach um. Was ist denn Karma? Karma ist Abzug. Also das ist quasi oft dein Leben, wenn du unter 1000 hast, kriegst du Abzug in der nächsten Runde. Ich hab 42, oder wo steht das? Ne, ich hab 42 Leben. Äh... Das steht... Nein, wenn du Tamm drückst. Dann ist da eine Reihe Karma. Gutes über 1000. Alles hast du über 100. Ab 480... Machst du weniger Damage. Ab 480 wird man gebannt. Und irgendwann hast du vom Server gebannt. Wann wirst du gebannt? Weil du dann... Nur für eine Minute. Nur für eine Minute. Also wir haben jetzt immer noch... Ne, jetzt ist doch schon Overtime, oder? Ne. Hey, Smooth dort ist so lange. Oh! Ich bin runtergefallen. 2 Minuten 20 steht bei mir. Ja, irgendwer muss jetzt handeln. Alles geben. Am Ende sind wir alle inno. LOL! Alright, cool. LOL, als ich schnell den gestorben bist. Matze! Wenn du dir AK holen müssten, dann hättest du ihn weggerutscht. Das war voll der Random Kill. Was denn? Dingens... Petrus hat mich doch angeschossen, ne? Ja, ich hab... Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich hab nur gesehen, wie du ihn gekillt hast. Und dann... Matze! Da hab ich dich natürlich auch grad gekillt. Aber ich hoffe... Matze, du warst den Traitor, oder was? Ja, weißt du es? Weißt du wenigstens, warum ich dich angeschossen hab? Nein. Also... Ne. Ja, weil du halt gefragt hast, wer geschossen hat. Dann muss ich der Traitor sein. So, ja toll. Ja, das ist echt so. Und die hat auch nicht funktioniert. Funktioniert immer. Ja. Jetzt hab ich wieder ein bisschen Klammer gemacht, hier. Kann ich wieder mal random killen. Ah! Du Sackgesicht! Alter, jetzt stellt euch nicht vor, ich... Ey, warum kann ich die nicht werfen? Ist die M16 gut, oder nicht? Die ist gut, denn das ist die Standard. Ich bin Detektiv! Ich bin Innocent! Ich bin auch Innocent! Ich würd sagen, du gibst mir jetzt ne Waffe dafür. Und warum? Wir würden jetzt hier oben wieder alle Granaten geschmissen. Ich glaub keine Granate. Da hab man Dings wieder verkauft. Ich kaufe wieder den Love Trail. Jawohl, wo ist denn der Detektiv? Wenn wir noch ganz lange genug spielen. Julius ist der Detektiv. Julius komm mal her. Julius, ich bin froh, dass ich mir jetzt ne Waffe als Empfehlung rauskomme. Wer ist denn, wer ist denn Detektiv? Julius, und kriegt man einen Schaden vor der Discom? Nee, kriegt man nicht, seitdem fällt's irgendwo runter, logisch. Runter! Runter! Achtung, ich hab ja ne hingelegt. Achtung, ja. Waffe kaufen, ich hab ja schon... Bro! Tja, jetzt hört doch mal auf mit diesen scheiß Discos. Der Traitor, es knallt uns doch gleich wieder alle ab, weil wir hier irgendwo sind. Wo ist denn der hin? Ich denke hier den Aufgang. Julius, Julius. Wer ist denn alles hier? Ich bin hier. Ich mach jetzt seinen TNT-Fass kaputt, nur dass ihr Bescheid wisst. Und du solltest da gerade weggehen, Oracle. Ich will das TNT-Fass kaputt machen. Oh, du hast Schaden gemacht, wir müssen dich töten. Oh mein Gott, oh mein Gott! Was, wer ist das? Ich hab nix verstanden. Ich hab einen Armin getötet. Was? Ich hab' den Traitor geladet. Ich hab' den Traitor geladet. Ich hab' den Traitor geladet. Ah, ich bin angeschossen. Ich hab dich getötet. Ja, du hast eben gerade noch Detective und Traitor identifiziert. Ich hätte den Sandkastenrahmen fast getötet. Nein, ich hab gesehen, dass... Ja, ich hab halt den Eiscord totgemacht, dann knallst du dich weg und ich denk mir nur so, what the fuck? Ich hab gedacht, du wärst umgefallen. Ich hab am meisten Karma von allen. Ja, du hast ja auch noch niemanden einfach so getötet. Ich find's voll scheiße. Ey, ich hab jetzt einfach einen Monat Karmaabzug bekommen. Ich hab dich juuut. Das ist sehr beunübersichtlich. Ey, wo ist denn das? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ja, ich auch. Ich hab meinen Namen halt auch erst zu spät. Ich geh einfach mal lieber nicht. Du hast mir grad die Shotgun weggenommen. Ja. Jetzt sind hin und sehe so komisch. Ich bin Twitter. Ich auch. Ich würd sagen, dafür kriegst du erstmal einen rein. Okay. Ich glaub, dass dem Julius... Ja, wenn der Julius... Warum schießt der beim Waffe weg? Geh mal runter. Ich will mal auf die Dinge zuhören. Ich geh mal runter. Ist auf jeden Fall leider gestorben. Da ist grad... Woher ist gestorben? Dirk ist es und Lennart bestimmt auch. Nein, ich bin's nicht. Ich hab nur den gekillt, der grad jemand gekillt hat. Ja eben. Dirk hat den Traitor gekillt. Dirk ohne Spaß. Wirklich? Aber er hat halt den Inno. Dirk, du musst erst die Leiche hin. Ich hab den Traitor gekillt und du killst ihn nicht. Stimmt. Dann... Aber die Wahrscheinlichkeit war fifty-fifty, dass du einer bist. Ja, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege, aber dann ist es der Julius. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ach, Mann. Ich hab gedacht, der wird noch irgendwer leben. Ich war Traitor, ja. Boah, ich hab voll die tolle Schlussfolgerung gemacht. Ja, und Julius war es trotzdem nicht. Ja, Julius war es nicht, aber... Der war leise. Er hätt's sein können, ja. Ich glaub, ich hab ihn überlegt in den Runden einfach gar nicht. Lennart, also ich hätte gesagt, Julius oder Smaddy Fire. Also, ne, wären's. Aber... Dann hat Smaddy Fire auf mich geschossen. Ja, genau. Aber da hat nur Julius gesagt. Weil das waren die einzigsten nicht Beteiligten an diesem Battle da. Ah. Ich wette, der andere Traitor hätte in diesem Battle dann die anderen. Oh jawoll, ich hab die huge. Das ist ja schön. Ja. Okay. Okay. Jetzt hab ich noch neun Helfer. Soll ich noch neun... Dings... Selbst... Hast du getötet? Ja, du hast getötet. Ja, du hast getötet. Ja. Ja, hätt' ja sein können. Weiß ich auch nicht. Ich brauch nur noch ne Waffe. Oh, Marvin ist die Bicke. Hier oben ist noch ne Shotgun. Ah, M4A1. Schön, schön. Lennart, darf ich dich töten? Ah, der Orakel schießt auf mich. Wer ist M4A1? Der Orakel hat einfach auf mich geschossen. Mach nur so, weil du da grad halt rumstandst. Ah Gott, ich... Ja, ich weiß aber das wär lustig. M4A1 oder Matze. Ja, ich hab den Matze getötet. Ja, ich hab den Matze... Aber der hat auf mich geschossen. Also ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, aber er hat... Ich würd aufpassen, wenn du Traitor bist. Was? Der Junius steht da so verdächtig. Achso. Ich bin ja auf jeden Fall kein Traitor. Ich hab den jetzt getötet, aber... Ach, der Junius. Junius schießt auf uns. Nein, ich schieß nicht auf euch. Dann töt mich halt. Ich glaub ein Moses Traitor. Kannst du die Kontrolle jetzt wegmachen? Wie denn? Ihr dürft mich wegmachen. Also ich mach den weg. Okay, ich mach den weg. Und dann confirm ich ihn. Und wenn er innocent war, dann... Oh, da ist gerade jemand gestorben. Nein, Rot, der ist runtergefallen. Der ist gerund. Ich glaub der Julius Torwart. Was? Was? Ich glaub er ist, dass du's brust. Nein, äh... Delayed Dirk. Ne, Inno hat einen Inno. Einer lebt noch. Marvin lebt noch. Ich bin Inno. Dieses... Dieses Error-Zeichen. Einer... Ja gut, der da hinten ist grauer. Er ist da... Da ging ins Rittlöcher Dirk. Hallo. Ohne Spaß, wie schlecht seid ihr denn? Ihr seid dufnirn. Ich war ein Gebil. Boah, Alter, wie schlecht ist eigentlich die M16? Ja, die haben wahrscheinlich die M16 nicht schlecht. Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist besser. Ich wollt' mir grad die MK holen, man. Ne. Junge, die M16 damit, die killt ja gar nichts. Ja, ach nee. Ich muss den Kopf treffen. Ey, eine Frage. Ja. Wer hat Jonas getötet? Ich. Ey, warum? Ich hatte jetzt mal einen blöden Cut mittendrin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja... Ich überleert ihn. Du hast grade vor aufgenommen... Bist so groß. Wird abgeschossen, jemand wird geschossen.